Das hat doch ein Blinder gesehen, der stand total frei, aber er muss wieder selber schießen. Und das ist auch etwas, um einen Ehekrieg vorzumachen. Ingo, jetzt ist doch mal Schluss. Was hast du denn schon wieder? Wir haben morgen noch ein bisschen Ordnung. Also jetzt bin ich so langsam genervt, Ingo, von dir, weil wir sind hier nämlich Live-Off-Sendung. Tu mir mal einen Gefallen, nimm dir mal bitte den Kopfhörer und schau für dich. Fußball ist ja schön, wenn du dich freust, aber jetzt Live-Off-Sendung nervt das ein bisschen, oder? Das ist ja total klasse. Hörst du noch was? Nein, Gott sei Dank nicht, aber Sie demnächst und das in bester Tonqualität, nämlich mit unseren Kopfhörern. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen scherzhaft gemacht alles, aber das ist mit Sicherheit eine Situation, die bei Ihnen zu Hause ab und zu vorkommt. Ob das jetzt der Partner ist, der Fußball gucken will oder die Kinder, die Videospiele machen wollen oder eventuell auch die Eltern, die viel zu laut Fernsehen gucken und man kann nicht schlafen. Dafür haben wir diese tollen, tollen Funk-Kopfhörer. Die können Sie ganz einfach an Ihren Fernseher anschließen und sind damit ungestört und sie stören auch niemanden. Meine Mutter zum Beispiel, die ist jetzt 83, die hat sich auch vor fünf, sechs Jahren hat sich auch so ein Funk-Kopfhörer gehört, natürlich für viel mehr Geld, weil das war einfach zu laut, wenn sie nachts Fernsehen geguckt hat. Das ist ja auch ganz natürlich, dass man im Alter weniger hören kann, aber dann stört man halt niemanden mehr. Oder ob das jetzt eben, weil sie nicht mehr gut hören können, dass das eben der Fernseher ist oder wenn sie abends im Bett nochmal ihre Lieblingsserie gucken wollen, ohne den Partner zu wecken. Oder was ich eben auch wichtig finde, Kinder, die spielen ja viel diese Videospiele und wollen die eben auch dann richtig laut haben. Das stört natürlich, gerade wenn man Gäste hat oder so, dann will man ja ungestört sein. Bei uns war das früher immer so, wir hatten natürlich den Fernseher im Wohnzimmer stehen. Und wenn dann Gäste da waren, dann durften wir nicht Fernsehen gucken, weil das natürlich gestört hätte. Da wäre es toll gewesen, wenn mein Bruder und ich so einen tollen Funk-Kopfhörer gehabt hätten. Der Funk-Kopfhörer ist super bequem. Ich setze ihn mal eben auf. Sie sehen, dass wie der hier gepolstert ist schon. Der ist einmal hier die Ohren gepolstert und auch hier oben. Das sind sogenannte Over-the-Ear, das heißt Übers-Ohr-Rüber-Kopfhörer. Das heißt, ich kann jetzt natürlich super hören, weil die Lautsprecher eben hier auch direkt drin sind. Das sind nicht so kleine Knöpfe, die man sich ins Ohr stecken muss. Das sind richtige Lautsprecher, die hier verarbeitet sind. Die Außenwelt hört nicht, was ich höre. Und ich kann auch von außen weniger hören, weil es ganz normal hier eben mein Ohr umschließt. Hier oben ist auch nochmal gepolstert. Kann man ganz bequem einstellen für alle Größen. Und dann habe ich hier auf der Seite, wenn Sie das auch nochmal sehen wollen, haben wir laut, leise und an und aus. Und das überträgt per Funk von der Basisstation. Jetzt will ich Ihnen mal die Basisstation zeigen. Das ist nämlich das wirklich Tolle hier. Das ist die Ladestation und Basisstation. Ich ziehe mal eben die Stecker raus hier, dass ich Ihnen das mal zeigen kann hier. Das ist die Basisstation. Die ist einmal sehr schick hier in dieser Klavierlack-Optik. Und das ist jetzt gleichzeitig Ständer für den Lautsprecher als auch Ladestation. Schauen Sie mal, hier oben sind drei Kontakte, da lege ich den Kopfhörer einfach rauf. Dadurch wird er wieder geladen. Wenn er einmal geladen ist, hat er bis zu acht Stunden Leistung. Auf der Rückseite davon, hier auf der Rückseite, sehen Sie die ganzen Anschlüsse. Ich habe hier einmal einen 3,5 Millimeter, also den Kopfhörer-Eingang im Prinzip, wenn Ihr Fernseher den hat. Oder Cinch oder sogar Tosslink. Das ist dieser optische Ausgang. Wenn Ihr Fernseher so einen optischen Ausgang hat, die meisten modernen Fernseher haben das. Das stecken Sie einfach hier rein und dann wird drahtlos übertragen von dieser Basisstation auf den Kopfhörer. Den setze ich hier mal rauf. So sieht er sehr elegant aus, wenn er bei Ihnen irgendwo im Regal neben dem Fernseher steht. Wird aber gleichzeitig geladen und hat dann eine Reichweite von 30 Metern. Das ist eben das Tolle. Das ist über Funk, also da gibt es auch kein WLAN oder irgendwas, was da stören könnte. Per Funk 30 Meter, das geht durch Wände durch. Das heißt, wenn mal eine Werbepause kommt oder sowas, kann man einfach mal aufstehen und sich einen Kaffee holen oder einen Snack. Und man hört genau, wann der Film weitergeht. Das ist richtig, richtig toll. Ein sehr schickes Gerät finde ich gerade mit dieser Ladestation. Und es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten dafür. Ja, gerade was du vorhin auch angesprochen hast. Das ist ja so ein schleichender Prozess. Man selbst nimmt das ja gar nicht so wahr. Vielleicht an die Nachbarn, die klopfen und sie höflich bitten, Mensch, könnten Sie nicht mal den Fernseher leiser machen. Und hiermit stört man niemanden. Es gibt ja aber auch Situationen zum Beispiel, da möchte der Partner schon schlafen, weil er vielleicht am nächsten Morgen früh raus muss. Und dann kann man auch trotzdem noch einen Film schauen, ohne den Partner zu stören. Oder vielleicht der Partner möchte gerne Fußball schauen, währenddessen Sie ein Buch lesen möchten. Und hiermit kann man wirklich perfekt und ungestört Musik genießen, vielleicht auch das tägliche Programm hören. Ja, es ist ein unfassbar guter Sitz und der Preis, darüber möchte ich mal reden. 83,59 Euro für zwei Kopfhörer, ist das richtig? Genau. Zwei Kopfhörer, überlegen Sie mal, so einen Preis für diese beiden Kopfhörer. Das ist natürlich auch was Schönes, um zum Beispiel es sich gemeinsam zu Weihnachten zu schenken. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass es da manchmal kriselt zwischen den Partnern. Der eine sagt, mach laute, der andere sagt, mach leise. Also das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Greifen Sie jetzt zu, es ist neu bei uns im Katalog. Allerdings gilt der Preis nur jetzt und die nächsten zwei Stunden. Ja, Sie sehen das hier. Jeder kann sich seine eigene Lautstärke hier einstellen. Also sagen wir mal, wenn ich schlechter hören würde und du besser hören würdest. Oder umgedreht. Oder umgedreht, dann kann jeder, der eine macht es sich halt lauter, der andere macht es sich leiser. Ich finde das ausgesprochen praktisch. Oder gerade diese Situation, die ich erzählt habe. Man kriegt Besuch, die Kinder sind gelangweilt, sie können nicht ihre Videospiele machen oder nicht Fernsehen gucken. Dann kann man denen die Kopfhörer aufsetzen und die können weiter gucken und man kann trotzdem sich mit seinen Gästen ganz normal unterhalten. Das stimmt. Ist natürlich für die Ohren vielleicht auch viel schöner, wenn ich so etwas over the ear habe, als wenn ich diese Stöpselchen habe. Und ich stelle mir das auch vor bei der Hausarbeit. Ich bin ja hier nicht Kabel gebunden. Ja, natürlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch Musik höre während der Hausarbeit, da gelingt die Hausarbeit auch gleich wie im Handumdrehen. Und die sehen auch echt schick aus. Wenn ich mir die mal hier anschaue, guck dir das mal an, so richtig sportlich auch gemacht. Ja, überall gepolstert. Hier im Kopfbereich haben wir so eine ganz weiche Polsterung. Dann natürlich die Ohrenmuscheln, ganz flexibel, ganz weich. Ich kenne die Kopfhörer von einem Hersteller, einem sehr, sehr namenhaften Hersteller, der für guten Klang steht. Aber da lässt sich das dann auch bezahlen oder kosten. Ich glaube, die kosten dann 300 oder 400 Euro für einen Kopfhörer. Und hier bekommt man zwei Kopfhörer plus Ladestation. Du bekommst zwei Kopfhörer plus Ladestation. Und schau mal hier, auch die Kopfhörer selber, die Lautsprecher sind auch nochmal im Gelenk. Der ist super hochwertig gemacht und passt sich eben allen Kopfformen an. Der Kopfhörer selber hat auch nochmal einen Kabeleingang. Den können Sie einfach auch in Ihr Handy anschließen. Das ist ein ganz luxuriöser, sehr gut klingender Kopfhörer. Hier das Zweier-Set mit Ladestation eben zum TV-Sonderpreis. Ja, der beträgt 83,59 Euro. Wie gesagt, ist auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Die Bestellnehmer ist die ZX1856 und die 569 für das Zweier-Set-Kopfhörer plus natürlich hier unsere Ladestation. Sieht sehr edel aus. Dadurch ist sie natürlich auch immer schön platziert. Das ist ja auch was, was ich sehen lassen kann. Das hat auch ein Fehler. Und das heute für den Preis. Wir hatten den ja schon mal einzeln. Da war das schon eine Granate. Jetzt ganz neu bei uns im Zweier-Set. Ich glaube, der wird uns aus den Händen gerissen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ja, und auch was du gesagt hast mit dem Musikhören. Du kannst ja da nicht nur den Fernseher anschließen. Du kannst auch deine Stereoanlage da anschließen zum Beispiel. Und das Tolle ist hier halt, wir können Ihnen sogar noch einen dritten Kopfhörer anbieten. Erweitern, ne? Der dann eben als einzelner Kopfhörer, den man da zuschalten kann. Da kann man ganz viele Kopfhörer anschließen an diese Basisstation. Und dann kann man, was weiß ich mal, eine Tanzveranstaltung machen, ohne Lärm zu machen zum Beispiel. Ja, ist auch eine gute Idee, ne? Oder wenn Sie eben zu dritt mal, wenn Sie drei verschiedene Lautstärken hören wollen. Oder wenn Sie drei Kinder haben, wo Sie nicht gestört werden wollen von dem Geballer oder den Film, die die Kinder im Fernsehen gucken. Ist das einfach fantastisch. Es ist ein richtig hochwertiger Kopfhörer. Wie gesagt, Sie können den auch direkt an Ihr Handy anschließen oder an Ihren MP3-Spieler. Oder eben über diese tolle Ladestation, die eben gleichzeitig mehrere Kopfhörer steuern kann. Und hier bieten wir eben den einzelnen Kopfhörer auch nochmal separat an, der sich dann auch ganz einfach wieder mit dieser Ladestation verbindet. Das stimmt. Und das alles für 37,99 Euro für den einzelnen Kopfhörer ist natürlich auch ein super Preis. Also gerne jetzt auch mehrfach zu greifen. Wir hören, unsere Kopfhörer sind jetzt schon sehr stark nachgefragt. Hat mich ehrlich gesagt gar nicht gewundert. Ich glaube, da waren wir uns dessen bewusst, dass die hier sehr, sehr beliebt sein werden, weil man findet die eben an anderer Stelle für 300, 400 Euro. Und letztendlich haben die auch einen fantastischen Klang. Also wir haben es vor der Saison mal ausprobiert. Der Klang ist wirklich tip-top. Gerade weil man Musik hört. Wie mittendrin statt nur dabei. Ja, vor allem, weil hier sind richtige Lautsprecher drin. Das sind nicht diese kleinen Knöpfe, die man sich ins Ohr stecken muss. Sehr komfortabel zu tragen, sehr hochwertig verarbeitet. Und Technik ist sowieso ein Trendgeschenk, sage ich mal, dieses Jahr. Und hier machen Sie jedem eine große Freude mit unseren Kopfhörern mit Ladestationen. Viel Spaß.